Was bedeutet Volkssouveränität? A. Der König, die Königin, herrscht über das Volk. B. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung. C. Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus. D. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Was bedeutet Masayani? D. Die Königin, die Königin, die Königin. D. Die Königin, die Königin. D. Die Königin, die Königin, die Königin, herrscht über das Volk. D. Die Königin, die Königin, die Königin. D. Die Königin, die Königin, die Königin. Das heißt, dass man ein Verständnis von Menschen mit einem Verständnis verwendet werden kann. Interessent bedeutet, dass man in der Sprache verwendet werden kann. Interessent ist, wenn man die Verständnis verwendet werden kann, die Lobby. Lobby ist ein Verständnis, ein Verständnis von Menschen, die sich über die Verständnis verwendet werden. die in 3. f. bende übben, die zuverenität, die zuverenität, die zuverenität, die zuverenigkeit, die zuverenigung und mit der Regierung, mit der Regierung, mit der Regierung, mit der Regierung. Also, ob die Menschen die Menschen, die zuverenigung, die zuverenigung, mit der Regierung? Nein, natürlich. Rösterlich, nein. Die Staatsgewalt, also die Staatsgewalt, geht vom Volk aus. Tänbah minas Schaab. Also, die Staatsgewalt ist von der Schaab. Das ist der Jawab der Richter. Also, die Staatsgewalt ist von der Schaab. Was bedeutet Volk? Souveränität. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus. Also, die Staatsgewalt ist von der Schaab. Und zwar, die Menschen in den Wien immer wieder von der Schaab stecken. Die Staatsgewalt ist von der Schaab. Und das ist unser hier. Das ist unser Zauber der Zauber. Das ist der Zauber der Zauber. Als ich die Zauber der Zauber auf den www.o.at.pmf.de Auf der Zauber auf die Zauber auf die Zauber. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal.